So, jetzt der praktische Teil. Ionisierende Strahlung. Ich habe hier das Geiger-Müller-Zählrohr, ziemlich kleines Gerät. Und hier hinten habe ich einen Zähler, der zählt, und gleichzeitig einen Lautsprecher, der ist gerade an. Und dieses Klacken hört man. Und das ist die natürliche Strahlung, die aus dem Weltall kommt. Jetzt habe ich da aber schon mal dieses Warnsymbol, denn in meiner Kiste habe ich ganz, ganz, ganz leicht ionisierende Elemente drin. Das sind einfache Steine. Und wir machen mal folgendes. Wir messen mal die Impulszahl. Ich sage mal 10 Sekunden. Oder, ja, 10 Sekunden. Ich resette den Zähler. Man hört das klicken. Und die natürliche Strahlung wird jetzt mitgezählt. Die ist sehr unregelmäßig. Hier ist mein Geiger-Müller-Zählrohr. Und das misst praktisch die auftretenden Strahlung. Das braucht zu spinnen. So. Jetzt nehme ich mal verschiedene Materialien, die schon etwas radioaktiver sind. Man hört, das klickt mehr. Das könnte ich jetzt wieder zählen. Aber ich möchte mal zeigen, was schon etwas stärkere Strahlung ist. Ich habe hier einen speziellen Stein. Hören wir uns das mal an. Nochmal. Jetzt zähle ich das mal. Reset und... 10 Sekunden lang. Jetzt hat er 10 Sekunden gezählt. 2887 Impulse. Das dazu. Jetzt haben wir hier so eine kleine Wunderkiste. Lauter Kram drin. Die ist mit Blei ausgekleidet. Stellen wir uns mal vor. Sodass das nicht so gefährlich ist. Trotzdem brauchen wir solche Achtungszeichen. Solche, die uns vor ihr und sie an der Strahlung warnen. Denn wir haben es ja besprochen, es ist gefährlich genug. So, das bis dahin. So, das ist ein bisschen zu vertrend. So, das ist ein bisschen zu vertrend.